Mei Toni, mit so einem Boot wäre es natürlich auch schön herkommen, aber mit dem Fahrrad, das hat natürlich nur eine andere Qualität, wie du vorhin gesagt hast. Die Insel ist noch sehr ruhig, also wenig Touristen, ganz schön, war gut zum Fahren. Du hättest viel mehr Verkehr erwartet, aber es war super, traumhaft, atemberaubend. Und jetzt sind wir hier im schönen Zres und übernachten bei unseren Franziskanerbrüdern. Also wir sind zwar nicht auf dem Franziskusweg, aber doch begegnet uns der heilige Franz immer mal wieder in Form von solchen Gelegenheiten. Wir hoffen natürlich auch, dass die Brüder einen Fernseher haben, weil wir müssen halt mal gescheit gewinnen gegen Südkorea, damit wir auch ernst genommen werden mit unserer deutschen Fahne am Rücken.